Ich bin tatsächlich im Sport-Outfit und werde mal versuchen, meinen Arsch zu bewegen. Sophia Weger ist auf dem Weg zum Laufband. Mittlerweile ist die Wollersheim-Ex im siebten Monat und ihr Bäuchlein wächst und wächst. Damit hat Sophia aber kein Problem. Leute sagen immer, so ungefähr ab einem achten Monat können sie nicht mal ihre Füße sehen wegen dem Bauch. Ich kann meine Füße nicht mehr sehen wegen meinen Brüsten. Ich finde das sogar besser. Ja, damit kann ich arbeiten. Warten wir mal ab bis zum neunten Monat. Sophias Bauch wird sicher noch ordentlich wachsen.